hallo und herzlich willkommen an diesem wunderherrlichen dienstag nachmittag abend wie man es auch mal sagen möchte ja ich bin bin hoshi und wir spielen heute mal wieder star wars battlefront mit dem szenario kampfläufer angriff auf dem außenposten beta ja jetzt hat er schon wieder ein update gegeben wie gesagt jetzt für den season pass sind ein paar sachen gekommen die map nennt sich denn oder die karte nennt sich outer rim wer es mag okay aber da weiß ich ich werde es mir nicht holen weil das ist mir ein bisschen zu heftig so ja was haben wir denn hier merkt mal aktiv okay wird schon richtig sein irgendwann wird das schon passen so ja drücken wir mal zum starten und da ballern sie schon wieder durch die gegend spieler ansehen aha cool ist auch nicht schlecht wo bin ich denn hier öfter mal was neues erst mal eine ladung geschnappt hier aber der rebelle haben unsere kampfleute als ziel erpasst die abliegstation aktiviert wir müssen sie abschalten ja ich habe da irgendetwas gesehen aber naja ok so schnell passiert so was halt das ist das ende von skywalker und dieser armseligen rebellion komm schon rennen 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 naja ok wer kam noch was der eine da kam noch was die 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 Nein Verflixt und zugenäht Ja, so kommt es halt auch mal wieder vor Ach ja, ach ja, ach ja Nein, ey Sag mal Gibt es doch alles gar nicht hier, ey Mann, auch noch versaubeutelt hier, ey Sag mal, was ist denn jetzt wieder mit mir los? Rebellenabling ist offline Operation wie geplant fortsetzt Die Y-Wings der Rebellen greifen an Jetzt werden wir diese Rebellion niederschlagen Eh Verteidig den Kampfläufer, bis seine Schilde wieder online sind Rücken zu den Ablegstationen vor Ich muss dich leider testen Die Rebellen haben den Ablink aktiviert Vorrücken und abschalten Rebellenabling gestört Operation befehlsgemäß fortsetzen Haltet die Augen nach dem Schmuggler Hans Solo offen Er wurde in der Nähe gesehen Wer hat mich denn jetzt wieder schon wieder angeschissen, angeschossen Ey, das kann doch nicht sein Trottel Die Rebellen kontrollieren die Ablink stationen Wir müssen sie deaktivieren, sonst nehmen uns ihre Y-Wing bomba auskorten Die Rebellen Die Rebellen kommen Und Feedback Die Rebellen Wieder Durch die Song gute Die Rebellen So, der kommt doch hier gleich. Ey, man erkennt die einfach nicht mehr, ey. Ja, ist klar. Und was kriegen wir jetzt? Orbitalang, das ist doch mal nice. Ja, ja. Ja, jetzt rennen wir doch noch einen Weg rum, du Nappe. Lord Vader ist hier. Der AT-AT muss noch eine Weile beschützt werden. Ich habe gerade irgendwie ein Laserschwert gehört. Ey, wo sind die denn? Schwachsinn. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Yo, wunderbar. Oh, ich bin nicht, 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 ich bin nicht. Wir haben ihren Ableg deaktiviert. Verhindert jegliche Reaktivierungsversuche. Und boom. Platt gemacht, so. Ja. Ey, das gibt's doch alles nicht, ey. Da habe ich mich wieder genau in so einer tollen Ecke befunden. Aber naja. Ja. Okay. Bye. Die Rebellen haben die Abdingstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Tja, jetzt bin ich hinter den feindlichen Linien. Aber nett. Jawohl. Erstmal gucken, von wo ich hier... Man, ey, immer in dem Augenblick, wenn ich aussteigen will, ist doch nicht mehr wahr. Wir haben Oberfett zur Unterstützung rekrutiert. Feindliche Schiffe eröffnen das Feuer auf unsere Kampfläufer. Wir haben einen Seil an dem Kampfläufer befestigt. AT-AT in Position für Angriff auf Energiegenerator. Die Panzerung des AT-AT ist schwer beschädigt. Ui, dann... Oh. Der Kampfläufer hat Probleme. Ich hasse es. Beschützt unseren Kampfläufer. Ja, gut, aber... Ja, Mann, Husten. Wenigstens gewonnen. Ist schon mal nicht verkehrt. Oh, da steht sogar die Signalstärke. Oder was ist das denn jetzt? Na ja, cool. Neun gekillt. Ähm, ja. Also, kann ich mich nicht drüber aufregen. Hm. Na gut. Ja, schade, dass jetzt das Bild hier nicht irgendwie ein bisschen länger hängt. Aber... Naja, doch, es kommt ja noch was. Da, 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 da. Meine Punkte. Genau. Ah, Kampf. Yeah. Level up. Rang 28. Juhu. Äh, aber na ja, was soll's. Gut. Äh, dann was ist es aber auch schon wieder für heute? Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch was. Euer Ben Hoshi. Tschö, tschö. Tschö. Tschö, tschö.